Zurück zu Zug bei einer sehr, sehr schmutzigen Larra. Gedanklich als auch optisch, so ein bisschen. Und wir waren stehen geblieben hier, müssten wieder Richtung Bergdorf kommen. Das Flugzeug ist abgestürzt, das irgendwie, ja, vorhersehbar war. Und ich hab jetzt wirklich schon, das ist ein bisschen, darf man eigentlich niemandem erzählen, ich hab jetzt schon, wir haben jetzt quasi Mittwochnacht, wir haben Mittwoch 1 Uhr. Also quasi Donnerstagmorgen 1 Uhr, so rum ist es richtig, Donnerstagmorgen 1 Uhr. Und ich hab jetzt schon vorproduziert bis Montag. Oh, ich hab trotzdem noch weiter Bock aufzunehmen. Also ihr merkt, dadurch auf jeden Fall, wie sehr mir dieses Projekt Spaß macht, wie viel Lust ich daran habe, das zu zocken. Denn ansonsten würde ich ja nicht, ne, das so, äh, so viel auch vorproduzieren. What the fuck, Larra? Und von daher, es macht mir einfach so großen Spaß. Und ich kann die Kommentare halt irgendwie dann erst ganz spät lesen. Aber das, äh, macht mir persönlich erstmal nix aus. Ich würde schon ganz gerne auch dann, äh, ich nehm es in Kauf, sagen wir mal so. Ich denke, man nimmt es auch in Kauf, dass man hier jetzt nicht so viel auf Kommentare eingeht. Ich mach's. Okay, wir hören erstmal ein bisschen. Erklärung aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Larra. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Und jetzt sind sie tot. Ja, nicht alle sind tot, ne? Also es leben ja noch viele momentan. Also alles ja noch relativ, äh, cool. Mehr oder weniger. Ja, also was ich sagen wollte ist, ähm, ähm, dass, ähm, ja, ich denke, das ist kein Problem, wenn ich nur in den Kommentaren mehr oder weniger antworte und auch dann irgendwann später nach zigtausend Folgen. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich hab den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Ja, bin unterwegs. Ja, Lara müsste ja immer noch unten, äh, ja genau, bei Roth sein, unten am Bergdorf. Und, äh, wir machen uns jetzt quasi so eine Art Weg dorthin. Und, äh, kommen dann wahrscheinlich, ich denke mal, wenn wir wieder da sind, haben wir dann auch die Fähigkeit, dass wir diese Seiltüren öffnen können. Ich glaube, dann haben wir dieses Ziel. Ich kann nicht mehr laufen. Hallo, Lara! Jetzt kann ich wieder laufen. Ich kann grad nicht nach vorne laufen. Warum auch immer. Aber ich denke, wenn wir da unten sind, haben wir dann die neue Fähigkeit und dann können wir auch endlich die Dingens machen, die, ähm, ja, 100% Sachen. Denn wir haben ja, wie wir hier schon wissen, haben wir hier schon super viel. Hier gibt's doch gar nichts, außer das Lager. Wir haben hier schon, ja, noch nicht alles, äh, gefangen. Machen wir aber auch dann. Hier haben wir sogar alles bekommen. Hier, äh, haben wir auch alles bekommen. Quasi nur dieser große Bereich, wo uns noch was fehlt und eben der Anfangsbereich, wo uns noch drei Geisterjägerinnen fehlen. Das machen wir dann, wenn wir da unten sind. Äh, ich hoffe, dass wir dann nicht schon so weit im Let's Play sind oder in der, in der Story, dass wir da jetzt irgendwie dann schon vorbei haben, das Ganze. Aber ich denke mal, ich kann es gerade schlecht einschätzen, wo wir, wo wir stehen momentan. Warum ist die Kamera so komisch? Die Kamera bewegt sich gerade sehr skurril. Über Kopf schießen? Really? Es ist so klar, dass sowas passieren muss. Es ist so klar, dass sowas passieren muss, dass wir über Kopf schießen. Ah, jetzt haben wir gelernt, wir können auf so Dinger schießen. Und hier sind Seile. Guck mal, neue Ausrüstungsgegenstände. Jetzt gehen wir, jetzt, äh, ziehen sie dann so ein bisschen an. Äh, R2? Ja. Ach, RB. Seilfeil schießen. Ah, das waren, waren das Seilfeile? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht genau, was was ist. Wir nehmen mal hier unsere Schroti so ein bisschen und machen hier mal ein bisschen Krawall. Lebt der immer noch, der Typ? Der lebt ja wirklich immer noch. Kann den aber auch gerade nicht sonderlich gut treffen. Wir müssen den ganz dringend bekommen, bevor wir nach, nachladen. Ist er down? Wunderbar. Er ist immer noch nicht down. Junge, wie lange lebst du denn? Oh, jetzt mal. Wunderbar. Oh, what the fuck? Was ist das für ein Monstergerät? Also im Zielen bin ich gerade echt nicht gut. RB und mit A, wir können, also wenn wir einen Bogen haben, können wir so und, äh, so schießen wir, äh, mit Pfeilen oder wie. Und können dann zielen. Genau. Und, ja, als ob ich es quasi gewusst hätte, äh, wissen wir jetzt, dass wir das machen können. Das heißt, wir haben jetzt die Fähigkeit, auch wieder ins Lager zurück zu gehen, nach unten. Quasi uns da hinschieten. Wir müssen hier da unten eigentlich hin, aber ich denke mal, storymäßig, äh, ist es natürlich falsch, wenn wir uns da unten beamen, einfach. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen falsch. Da hinten ist aber noch was Geiles, ne? Da will ich schon noch ganz gerne hin. Da kommen wir auch bestimmt hin, ne? Denn das würde ich jetzt gerne noch öffnen hier. Da bekommen wir aber nur EP dazu. Okay. Wir haben jetzt quasi, boah, wie lange sie geflogen ist. Wir haben ja auch einen neuen, äh, Bereich. Ne, wir haben hier einfach nur ein Lager, okay. Also wir haben hier keine speziellen Sachen. Bringt es also quasi gar nichts danach zu suchen. Vielleicht gibt es hier auch wieder irgendein Versteck oder so. Ja, wir können Seilpfeile schießen. Ich weiß es doch schon mittlerweile. Wir hätten auch quasi da, wo der Typ stand, hätten wir auch einfach die Sachen, wegziehen können. Dann wäre der auch quasi dort, ne? Äh, hätte er ja keine Sache mehr gehabt, um sich festzuhalten. So wollte ich es eigentlich sagen. Wir haben jetzt neue Sachen gelernt, die wir dann anwenden können bald. Und ich glaube, wir müssen, ich glaube, da hoch, das sieht mir schon sehr nach, okay, dran springen aus, aber war dann doch, äh, fälschlicherweise dann doch nicht so richtig. Nee, wir gehen einfach mal, wir müssen, wir müssen, kann es sein, dass wir auf den, ne, auf den Baum müssen wir aber auch nicht zwingend, ne? Wir haben hier noch, oh, wir haben hier noch so ein Ding. Aber die bringen uns alle nix, die Sachen. Ja, wir können auch hier drauf schießen, oder wie? Guck mal an. Jetzt haben wir das nicht sonderlich näher hingezogen. Verlieren wir doch nicht auch Pfeile? Eigentlich, nee, oder? Ich glaube nicht, oder? So, komme ich da jetzt irgendwie ran, ne? Nee, nee, komme ich nicht ran. Okay. Ich weiß also gerade nicht, da kommen wir auch nicht hoch, ne? Nee, nee. Ich überlege gerade, wir müssen da im Endeffekt hoch, also da müssen, meinst du, wir können hier auch so dran, ah, wir können hier auch dran springen. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Dann haben wir hier noch so ein schönes, explodierendes Fass. Da hätten es glaube ich auch nichts mehr tolles. Hier gibt es ja auch nichts zu suchen, sagen wir mal so, ist ja auch nicht großartig irgendwas hier. Ähm, was ist denn hier, wenn wir die Pistole mal wieder, wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Schuss für die andere Maschinenpistole. Aber wir kommen ja auch ordentlich Sachen dazu, auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen nach da, oder? Das war ja quasi auch der Storyquest. Obwohl doch nicht. Hier haben wir dann doch nur ein paar Bergungsgutsachen. Ja, ich würde ganz gerne mal über ein paar Themen auch reden, irgendwie, aber gerade, ich will es auch nicht auf der Fall vollkommen rausmachen, wenn dich wieder was anbietet, Okay, Lara, wenn dich wieder was anbietet, immer ist Lara schuld, immer sind die Frauen schuld, ne? Das ist nur eine Sache, über die ich mal reden kann. Das ist eine Sache, die interessiert mich doch mal gewaltig, irgendwie. Letztens war es nämlich so bei mir, ich war jetzt zu Hause und habe dann irgendwie draußen von anderen Wohnungen gegenüber irgendwas gehört, wie so Scheiben kaputt gegangen sind. Also so irgendwie ein Tisch oder ein Teller oder Gläser oder sonst irgendwas sind eben kaputt gegangen. War hörbar, merkbar für mich, dass das kaputt gegangen ist. Und ich habe mir dann, dann habe ich halt gesagt, so ja, hey, da ist wohl irgendeiner was kaputt gegangen. Und da habe ich quasi sofort mit dem Kaputtmachen eine Frau assoziiert. Was dementsprechend bedeutet, dass ich eher dann Frauen zumute, dass die halt tollpatschig sind, als die Männer. Und das ist doch mal eine interessante Sache, auf jeden Fall, über die wir mal reden könnten in der Folge vielleicht, weil ich persönlich der Meinung bin, dass ja natürlich die ganzen Klischees immer noch da sind, so Autofahren, wenn irgendwie ein Auto scheiße fährt, ein Muster. Da muss da halt irgendwie eine Frau am Steuer gewesen sein. Prinzipiell. So, es ist immer so, dass es man irgendwie lernt. Da kann man nicht rein, da können wir auch nicht rein, dann gehen wir doch mal hier weiter. Dann machen wir hier so den hier und haken das Ganze mal... Müssen wir davorstehen, oder wie? Ah, wir mussten davorstehen. Aber wir verlieren auch keine Sachen davon, das finde ich auch sehr gut. Aber sehr gerne mal eure Meinung, ob es bei euch aus ist, dass ihr so Sachen öfter mal mit Frauen oder eben mit Männern assoziiert, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwas unordentlich bei euch in der Wohnung ist, ob ihr das dann irgendwie mit eurem Bruder erstmal assoziiert, oder mit einer männlichen Person oder so. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Da kommen wir auch nach oben. Ja, guck mal, wir könnten quasi da rüber, aber nicht wirklich... Es ist halt sehr robust, das Teil. Ach, guck mal, hier oben... Ne, obwohl. Das heißt, wir können irgendwie nach da oben gelangen. Aber können uns nicht da hochhangeln. Ah, ist doch wieder interessant gerade. Das sind so verschiedene Kniffe, die ich noch nicht so recht weiß, wie sie funktionieren. Da, guck mal, da haben wir jetzt genau dieses hier. Mit dem, ja, ich mach ne Tür auf. Guck mal da, das ist ne Sache, das ist das, was ich meinte. Aber hier kommen wir nicht nach oben. Aber, ich glaube, oder ist da oben irgendwas? Aber ihr könnt es auch nirgendwo festhaken. Also im Prinzip kann da oben nichts sein, oder? Hm. Die Frage ist, wie sollten wir das machen, dass wir da oben hinkommen? Oder wir versuchen das, das einzuhaken? Komme ich da wieder zurück jetzt gerade? Ja. Obwohl, nicht wirklich, ne? Aber... Doch, da ist was. Da kann man hinkommen. Ich würde es ganz gerne doch mal irgendwie ausprobieren. Und zwar, indem ich da nochmal irgendwie andogge. Ach, guck mal, jetzt haben wir das hier quasi so gemacht. Das ist cool. Das finde ich sehr cool. Dass die beiden da nicht, äh, zusammenhalten, finde ich ein bisschen doof, aber ansonsten sehr cool. Und jetzt können wir hoffentlich herunter droppen, dann haben wir hier noch ein bisschen Bergungsgut. E, 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 EP haben wir bekommen. Ja, komm Leute, das war erst doch jetzt wert, die zwei Sekunden hier, äh, zu, äh, brauchen, um das zu machen. So, Fall und Bogen ist equippt. Dann gehen wir mal hier durch die nächste Tür rein und schauen mal, was auf uns lauert hier. Hätten wir wieder Bock auf so ein Rätsel? Wir hatten ja durch diesen Fehler, durch das... Ach, komm mal. Ne. Wir, wir kommen jetzt da raus, wo ich, wo ich meinte, dass wir da rauskommen. Ah lol. Da ist der Typ und da ist Bergdorf. Noch ein Gehlder. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist ein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen, ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Finde ich sehr cool. Von ihm haben wir eine Fähigkeitsbinder erreicht. Wir müssen das Rauchlager erreichen. Wir sind hier quasi wieder in Bergdorf. Ja, guck mal. Ist das unser Bergdorf hier? ein bisschen verändet. Das können wir auch da rüber zum Haus. Sieh mal einer an. Ja, dann werde ich jetzt schon mal ankündigen. Nächste Folge machen wir die große Reise des Aufarbeitens der Sachen hier. Also nächste Folge wird dann Story sein. Komplett. Also sammeln, nicht Story, ohne Story. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass ich es persönlich immer noch sehr realistisch finde, das Ganze. Sehr realistisch. Können wir da irgendwas anbringen normalerweise, oder nicht? Oder einfach hier runter droppen. Ah, hier voraus. Guck mal da. Machen wir es doch mal so, das Ganze. Also, ich finde es wirklich sehr realistisch, das Ganze. Auch diese Argumentation von ihr und auch generell so, dass da jetzt abgestürzt ist, das Ganze klar mit den Leuten da so, mit den, mit den, ja, Sturmsachen. Schon ein bisschen mystisch, das Ganze. Aber im Prinzip schon sehr, sehr geil. Muss man schon ehrlich auch mal so zugeben. Wir haben hier, ja, hier sind wir wieder beim Bergdorf und hier gibt es wieder das Ganze zu erkunden. Und dann gehen wir mal kurz hier ans Lager. Denn hier hatten wir noch einen Fähigkeitspunkt, den wir uns aussuchen können. Quasi. Was sollen wir denn machen? Was haben wir denn hier? Bei den Schleichsachen, wir hätten, werfen sie Feinde mit Steinen und Dreck ins Gesicht. Ist auch sehr cool. Setzen sie Feinde einem Heap. Okay. Weichen die Gegner aus. Stoßen sie mit einem Pfeil ins Knie und versetzen sie mit dem Todesstoß. Weichen die Gegner aus. Stoßen sie ihm ein Pfeil ins Knie. Dann are getting an arrow to the knee. War das? War doch irgendwie so, ne? Ich würde noch mal bei Überlebenssachen, ob wir hier noch irgendwie was Geileres machen könnten. Verbessern sie ihre Kletterkünste, um sich schneller vorzubewegen, um Sturzschäden zu vermeiden. Setzen sie ihr geschärfte Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind auf ihrer Karte verzeichnet. Das würde ich dann doch schon mal ganz gerne machen. Dann können wir das für die nächste Folge anwenden, auf jeden Fall. Was ist das? Ne, was ist mit dem Maumannschalter noch dran? Egal. So, und wir haben auch noch ein paar... Ja, reicht aber nicht für viel. Da habe ich ja eben ein bisschen was gemacht, während Lara gegrillt hat. Aber dann machen wir in der nächsten Folge das Ganze ein bisschen weiter, wenn wir da ein bisschen mehr gesammelt haben. Aber gut, ich habe natürlich immer noch kein richtiges Thema für euch dann in der nächsten Folge. Das ist ein bisschen doof, weil ich immer noch vorproduziere immer. Aber wir gehen mal hier runter erstmal. Also wir gucken mal, was hier so gibt es Schönes. So, okay, da stehen mehrere Leute gerade. Ich werde mich mal kurz hier nach hinten verpieseln, so ein bisschen. Hier in diese Ecke. Hier ist aber auch nicht so viel zu entdecken. Ne, okay, okay, dann gehen wir nach vorne. Dann dürften wir die hoffentlich noch alle bekommen, oder? Obwohl, der steht dort. Der gibt sich nach hier hin. Und der steht da vorne aber auch schon. Gehen die denn in irgendwelche Richtungen oder bleibt der... Ah, guck mal, der bleibt da vorne stehen. Und der bleibt dort irgendwo stehen. vielleicht... Machen wir noch mal kurz so. Und dann noch mal kurz... Na, komm schon. So. Dann haben wir schon mal zwei. Und der dritte ist auch noch irgendwo gewesen, oder? Erstmal das Bergungsgut schnappen. Da ganz hinten ist noch einer. Okay. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir uns erstmal hier so grob hin. Äh, wo war jetzt der andere? Ist der runtergefallen? Nö, oder? Ist der einfach runtergefallen, der Typ? Wie kann er das wagen? Gut, dann haben wir hier noch... Oh, guck mal. Zwei von Teil gefunden Bogen. Zwei von Teil ist auch ein perfektes Deutsch. Auf jeden Fall. Reliquienjäger sind wir dabei auch schon geworden. Sehr coole Sache. ...zure traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Gibt es da irgendwo etwas zu finden? Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Tanzende Pilze. Sehr coole Sache. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach einen kleinen Break und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wieder nächste Folge wird dann eben eine Suchfolge. Dementsprechend sehr gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Oder eben auch sein lassen, wenn ihr nicht suchen wollt. Da können wir ein bisschen talken und so. Ich würde sagen, hau'n's rein. Tschüss Lara. Bis dann. Tschüss.